Welche Rolle hat der Staat und wie viel Staat muss sein? Um diese Frage geht es hier jetzt in ORF3. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei unserer Live-Übertragung einer parlamentarischen Enquete des Bundesrates. Ja, nach mehr als zwei Jahren Pandemie, den Folgen des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine und der Teuerung sind verlässliche staatliche Strukturen wichtig. Ja, und wie wichtig? Darum geht es hier heute in dieser Enquete. Stellung dazu nehmen Vertreterinnen und Vertreter aus den Bereichen Ökonomie und Sozialpartnerschaft, Vertreter der Politik und der Gemeinden. Unter anderem zu Wort kommen Renate Anderl, die Präsidentin der Arbeiterkammer und Wolfgang Katzian, Präsident des österreichischen Gewerkschaftsbundes. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Heilt die Hölle? Pave und Frau, die Präsidentin der Kollegen, die Präsidentin der bastardslichen Gewerkschaftsbundes. Hand geschrieben und verlesen. Das ist die Falle, was sagte er. So, dann hätten wir so ein, zwei. Genau, bitte. Ich glaube, es geht nicht. Vielen Dank für's Zuschauen.